Geschmäcker sind ja immer verschieden, aber ich glaube, der Spielplatz hier in Schopenhau, der gefällt wirklich jedem. So weit der Überblick. Jetzt kommt das fachmännische Urteil von Florian und Felix. Das ist eigentlich ein ziemlich toller Spielplatz. Aber was man am besten fand, ist die Wasserstelle mit dem kleinen Brunnen, der Sandkasten mit einem Sandbagger und die Rutsche beim Kletterturm. Und jetzt war nur der Sandbagger.